ARD Text im Auftrag von Funk Hallo Leute Leute Äh Ralfi Wir machen heute Eine Challenge Ja eine zweite Challenge Äh Wer zum YouTuber gehört dieser Puppe Äh und mit dabei Ist Ralfi Nein Ok und das will ich auf jeden Fall sagen Äh Ja fangen wir an mit dem ersten YouTuber Wir müssen den ersten YouTuber hier zeigen Nein Ok dann schick mal bitte ein Bild Ja hier Ah ok Welcher YouTuber ist das Gibst du mir Tipps Nein Äh aber äh Ok versuch anzuraten Äh Ist vielleicht äh 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 Nein Nein ist falsch Äh äh Du Nein Ich geb dir den Hinweis ok Ja Ich bau dir den Hinweis warte du musst es erkennen ok Ok Erkennst du es Was sind das Block mit Knopf Was ist das Block mit Knopf Mann du Dummkopf was ist das Block mit Knopf Wenn hier der verfickte Kopf ist was sind das Äh 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 Puppe backen Ja ok ich soll ich dir sagen wer es ist Ja Es ist Medina Ah Achso Ok Ja ok Entschu Ich sag es jetzt mein YouTube Ich schick es jetzt Bild von meinem YouTuber Ok Ok jetzt guck mal Da ist das Bild Äh ist das Gomme Äh Warum nicht Weil es nicht Gomme ist Ok wer ist das Ist das Auch Melina Ah ah Ist das Paluten Hey wo weißt du das Ja weil man es nur sieht Achso Ok Du Fisch Ok ich sag es Ich schick mal ein bisschen von dem nächsten YouTuber her Ok komm mal von wem ist das der geile Arsch Los Äh Boah Ich zeig runter sonst finde ich das TNT Zehn Neun Acht Sieben Sechs Äh äh Gelberstein Gelberstein Gäberstein 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 Falsch Ist falsch Äh Nein war falsch Nein war falsch Nein war falsch Nein es ist falsch Mann das sieht man doch wer das ist Das ist den her Ah Achso Im Kopf alter Ok will ich sagen 2 zu 1 für dich Du hast gewonnen Ok Äh ja äh was willst du jetzt Warte Ok Und jetzt äh das wärs auch schon mit dieser Parodie ja Und zwar habt ihr heute oder habt ihr gerade ein Video gesehen Äh 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 Ja, ja, auf jeden Fall, ja, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen, ja, das Ganze, ja. Schaut auf jeden Fall beim Review vorbei, weil ich glaube, von euch könnte, glaube ich, noch niemand, oder? Ha, ha, okay, okay, okay. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Like da, ja. Da wird auf jeden Fall auch mehr davon kommen. Und wenn ihr mehr mit Review sehen wollt, ja, schreibt es in die Kommentare. Ich werde ihn ja zu zwingen, ja. Und ja, Leute, das war es mit dem Video, ja. Ich hoffe, auf jeden Fall, wie gesagt, es hat euch gefallen, ja. Und, da würde ich sagen, halt, 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 halt. D Outro